«Il exterimus, il exterimus, il exterimus, il exterimus.» «Es ist wirklich eine tolle Truppe, die Marco hier zusammengestellt hat, sowohl musikalisch, sängerisch als auch menschlich.» «Das sind die besten Voraussetzungen, dass es wirklich schöne Sachen herzustellen.» «Die Schweizer Vokalkonsort ist für mich ein Herz und Angelegenheit.» «Weil da nicht die Möglichkeit, neben dem bekannten Werk als Schweizer Komponisten und das neueste Chordmusik aufzuführen.» «Und das alles mit einer wunderbar engagierten Gruppe, die gemeinsam musizieren, im Vordergrund steht.» «Ich finde, wir haben einfach eine super Stimmung.» «Ich finde, wir haben einfach eine super Stimmung.» «Wir sind alle sehr ambitioniert und wollen miteinander tolle Leistungen bringen.» «Und trotzdem hat sie der Probe zwischendurch auch mal Platz für ein Gespässchen.» «Ich finde, wir haben nicht die Möglichkeit, die wir haben in die Zukunft, wie wir haben haben.» ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK